Hallo zusammen und heute am Vatertag auch Hallo Julina und herzlich Willkommen zu einem weiteren Video zum Thema Google Analytics 4 und wie man sich das Ganze besser für seine eigenen Zwecke zurecht biegen kann. Und zwar geht es dieses Mal um Funnel Reports, die man ja neuerdings auch in das normale Reporting, also Funnel Reports aus dem Erkundungsbereich, kann man jetzt ausgewählte davon in seine eigene Navigation in den normalen Reportbereich übernehmen und wir gucken uns kurz an, was man damit anfangen kann und wo vielleicht auch die Grenzen und Stolperfallen sind. Und ich habe hier ein Beispiel mitgebracht und zwar ist das von meiner eigenen Website, das ist ein Blog-Reader-Funnel, der im Moment das visualisiert, was an Einstiegen im Blog passiert ist, also nicht irgendwelche Aufrufe von irgendwelchen Seiten im Blog, sondern nur die Einstiege, Leute, die da eingestiegen sind, die dann mindestens fünf Sekunden da gewesen sind, zumindest diese fünf Sekunden klappen ganz gut, vielleicht müsste ich mir dann nochmal ein paar andere Schritte überlegen. So, und dann hier relativ wenige dann, also nur noch 8,8 Prozent, die gemessen den Post gelesen haben. Hier auf dem Kanal gibt es auch ein Video, wie ich dieses ganze Blog-Reader-Engagement vermesse. Insofern, das sind diese ganzen Events und die ganzen Zahlen, die man da auch schon gesehen hat. Post gelesen heißt, bis zum Ende durchgescrollt und eine gewisse Zeit da gewesen, die ich errechne anhand der Länge des Blog-Posts. So, und das ist jetzt ein Funnel-Report und den kann man sich ja normalerweise nur hier im Explore, also im Erkundenbereich zurechtklicken. Und der wohnt jetzt hier, ich habe ihn jetzt hier unter Engagement reingepackt, einfach in der normalen Navigation und ich kann jetzt hier von den Ereignissen heraus, ohne aus dem Reporting-Bereich raus hier zum Beispiel zu gehen, kann ich jetzt hier rüber gehen in diesen Blog-Reader-Funnel-Report und kann hier zum Beispiel oben auch Comparsions verwenden oder auch All-Users ausblenden und das Ganze dann nur für, weiß ich nicht, einen bestimmten Browser mehr anschauen oder was auch immer. Das ist also schon relativ lebendig und wenn man sich hier die Funnel-Steps anschaut, auch das sieht man dann, wie es gebaut ist, also Session Start soll auf Blog beginnen und nicht einfach nur irgendein Page View und dann haben wir eben diese Post 5 Sekunden offen und Post gelesen Ereignisse und daraus habe ich jetzt eben diesen Report gebaut. Unterwirft sich jetzt hier eben auch dann der Auswahl, der Zeit, die man ausgewählt hat für alle anderen Reports. Insofern verhält sich dieses Ding jetzt wie alle anderen auch und hier unten drunter habe ich dann eben auch den Breakdown nach Device-Category, weil ich ihn so gewählt habe. Wenn ich ihn nicht hätte, hätte ich halt hier nur normale Zahlen und kann hier eben auch nach bestimmten von mir selbst gewählten Dimensionen, die ich dafür sinnvoll halte oder eben auch nicht, das Ganze nochmal anders runterbrechen und habe dann hier diese ganzen Zahlen. Was man jetzt auch sehen kann, es ist ein Closed Funnel, das steht jetzt hier einfach drüber, da könnte jetzt auch Open Funnel stehen, aber das ist alles, was ich damit machen kann, mit dem Report, der eigentlich woanders herkommt. Das heißt, wenn ich im Explore-Bereich einen beliebigen Funnel-Report baue und ich mache jetzt hier nochmal den Blog-Reader-Funnel auf, dann gibt es da jetzt, es ist auch egal, ob man mit einem anderen Report gestartet hat oder hier einen neuen Report angelegt hat, wann immer man eine Funnel-Exploration hat, die einer Standard-Funnel-Visualisierung entspricht, dann kann man das Ding über diesen Knopf hier in der Bibliothek speichern. Und zwar, und das ist nicht ganz unwichtig zu wissen, in genau dem Zustand, in dem der Report gerade ist. Das heißt, wenn ich hier irgendwas umbenannt habe oder ich ändere was an den Schritten oder sonst irgendwas, dann spiegelt sich das nicht in dem zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt gespeicherten Report wieder. Das ist auch eigentlich ganz gut so, weil sonst kann man den in den Explorations kaputt spielen und dann ist der andere Report wieder kaputt. Auf der anderen Seite muss man sich, wenn man irgendwelche Neuerungen hier reingepackt hat, das Ding nochmal neu speichern und eventuell dann eben in der Bibliothek wieder umbauen. Das ist so ein bisschen unschön, aber ich sehe ein, warum das so ist und es ist, glaube ich, auch nützlich. Das heißt also, hier sieht man auch nur die Dimensionen, die ich hier reingepackt habe, die ich dann nachher eben auch als Breakdown verwenden kann. Dann habe ich jetzt hier weniger Dimensionen oder mehr Dimensionen, ist dann halt im Reporting-Bereich diese Auswahl, die wir eben gesehen haben, auch entsprechend größer oder kleiner. Und so kann sich also im Prinzip jeder, der irgendeinen Funnel gebaut hat, an irgendeiner Stelle, der auf Events basiert oder Events mit bestimmten Dimensionen, kann den halt übernehmen. Das ist logischerweise ganz besonders interessant für E-Commerce-Funnel. Und deswegen habe ich mir gedacht, auch wenn ich jetzt hier keinen E-Commerce-Funnel habe, den ich hier reinnehmen kann in meine Berichte und ich hier auf der anderen Seite in der Google Analytics Demo-Property für den Google Merchandise-Store eben keine Berechtigung habe, das Menü anzupassen. Es ist trotzdem ganz gut, wenn wir uns hier auf Basis von richtigen E-Commerce-Events mal so einen von diesen Funnel-Reports aufbauen, den die meisten wahrscheinlich sich auch wünschen in ihrer eigenen Navigation im normalen Reporting-UI. Wenn sie E-Commerce betreiben, nehme ich sowas wie einen Einkaufsverhaltensbericht oder eben diesen Checkout-Behavior. Der fängt jetzt hier beim Item-View an. Andere könnten natürlich dann eben auch weiter vorher anfangen, wenn man noch mehr Events hat. Wir fangen jetzt hier aber einfach mal an und haben so Item-View, Add-to-Card, Begin-Checkout, Shipping und Purchase. Und dann sieht man eben dazu auch hier entsprechend die Zahlen. Wie baut man so ein Ding? Da fangen wir vielleicht am besten an. Wir gucken uns die Schritte an. Die kann man nämlich selber definieren. Und beim Definieren der Schritte kann man eben auf einzelnen Event-Namen zum Beispiel basiert arbeiten oder eben auch mit irgendwelchen Dimensionen, die man selber registriert hat. Also die müssen registriert sein, damit ich sie hier nutzen kann oder irgendwelchen anderen Standardgeschichten oder eben auch auf Item-Ebene, wenn ich hier im E-Commerce unterwegs bin. Wir arbeiten hier jetzt aber ausschließlich einfach mit Events. Und das ist erstmal das View-Item. Das heißt, jemand hat sich ein Produktdetail angeschaut. Dann haben wir das Add-to-Card-Event. Dann haben wir ein Begin-Checkout-Event. Dann haben wir Add-Shipping-Address oder nochmal Add-Shipping-Address, was blödsinnig ist. Add-Shipping-Info, Add-Payment-Info. Machen wir das mal so. Jetzt ändert sich das Ganze auch schon wieder. Und ich mache das mal rückgängig. Ich nehme das nochmal raus, weil das wird gleich noch wesentlich. Wir tun mal so, als wäre das ein Pflichtschritt. Und unten drunter ist dann eben der Purchase, entweder ein In-App-Purchase oder ein normaler Purchase. So ist dieser Funnel aufgebaut. Und wie man sieht, kann man diese Schritte, wenn sie einmal gebaut sind, nicht mehr verschieben. Man kann zwar oberhalb oder unterhalb Schritte hinzufügen und Schritte rausnehmen, aber man kann sie sich jetzt hier nicht greifen. Ich habe es jedenfalls noch nicht geschafft und irgendwo anders hinschieben. Aber man kann eben Regeln definieren. Und zwar, ob so ein Schritt auf einen anderen zum Beispiel direkt oder indirekt folgen darf oder auch wie viel Zeit dazwischen verstreichen darf. Und wenn man hier sieht, dass man da auch in Stunden oder Tagen arbeiten kann, sieht man auch, dass diese Funnels zum Beispiel sitzungsübergreifend funktionieren, was vollkommen anders ist, als man es vielleicht von Universal erwarten würde oder wie man es kennt. Und hat man dieses Ding dann irgendwie einmal gebaut, ich mache mir hier alles wieder rückgängig, das dann also so, wie er ist, dann kann man den Funnel hier betrachten als Standard-Funnel-Visualisierung. Und wenn ich jetzt nochmal hierhin zurückgehe, einfach nur, wenn man dann auch diesen Knopf verschwinden sieht, es geht auch nur für den Standard-Funnel. Das heißt, wenn ich hier einen Trended-Funnel draus mache, dann verschwindet dieses Ding auch. Eigentlich ist es nur eine andere Visualisierungsform. Die kann man sich im Moment zumindest aber noch nicht in sein Reporting-Menü reinpacken. Fun Fact, wenn ich jetzt hier zurückschalte auf den Standard-Funnel, ist natürlich, oh, jetzt ist doch noch alles da, Glück gehabt. Je nachdem, wenn man es vorher noch nicht gespeichert hat, dann ist es vielleicht weg. Ein guter Tipp ist hier, wenn man irgendwas kaputt gespielt hat, ich mache das jetzt nochmal irgendwie kaputt, man kann auch hier mit STRG Z Dinge wirklich rückgängig machen. Und deswegen kann man hier in Ruhe auch Dinge mal ausprobieren, wenn wirklich was kaputt gegangen ist. Wie gesagt, kann man den Schritt rückgängig machen. Was relativ relevant ist, ist sowas wie, ist der Funnel offen oder nicht? In meinem Fall macht es keinen Unterschied, weil, oder schon, warum auch immer. Hier sieht man jetzt wahrscheinlich jede Menge, die neu eingestiegen sind. Leute, die fünf Sekunden erreicht haben, aber nicht über den Block eingestiegen sind. Deswegen macht es hier tatsächlich einen Unterschied. Wir gehen immer mal zurück auf den E-Commerce-Funnel, da ist es etwas besser. Hier ändern sich, wenn ich den Funnel aufmache, die Zahlen aber nur sehr geringfügig. Hier hinten sieht man zum Beispiel, dass einfach einer dazukommt. Das sind jetzt 47, das waren vorher 46, weil hier einer neu eingestiegen ist. Ein offener Funnel erlaubt also, dass ich irgendwo innerhalb eines Funnels einsteige, ohne vorher Schritte gemacht zu haben. Das ist ein bisschen was anderes, wie, dass ein Funnel-Schritt optional ist. Das können wir uns jetzt hier auch nochmal ganz genau anschauen, indem wir diesen Funnel einfach mal duplizieren und nehmen in diesem duplizierten Funnel dieses Shipping und Address mal raus. Und dann werden wir sehen, dass wir hinten plötzlich viel mehr Purchases haben, nämlich 67, weil dieser Schritt halt auch in einem realen Checkout nicht einfach immer vorkommt. Wenn ich schon ein Konto habe, dann werde ich nicht nochmal nach der Adresse gefragt, nach der Zahlungsart. Das ist normalerweise alles da. Das heißt, das sind optionale Schritte. Wenn ich optionale Schritte habe, muss ich mir überlegen, ob ich den Funnel mit oder ohne diese optionalen Schritte betrachten will. Weil das bestimmt auch, was ich hinten raus nachher sehen kann. Ja, diesen Breakdown, den haben wir schon erklärt. Also hier unten kann man es irgendwie nach verschiedenen Dingen sich anschauen lassen oder man sieht einfach für die einzelnen Schritte direkt die Zahlen und die Completion Rates und Abandonment Rates. Zusätzlich kann man sich auch anschauen, wie viel Zeit vergangen ist, um das Ding zu durchlaufen. Das dauert bei mir entsprechend lang, weil ich lange Blogbeiträge geschrieben habe, beziehungsweise hier im Store dauert es auch offensichtlich lang im Schnitt. Und man kann sich auch zum Beispiel als Event Name Next Action einblenden lassen, was haben die Leute denn als nächstes typischerweise gemacht. Also nachdem dieser Schritt stattgefunden hat, was sind die nächsten fünf Events, die dann stattgefunden haben oder welche Actions haben da stattgefunden, bevor dann eben auch vielleicht der nächste Schritt ausgeführt wurde. Das sind so die Elemente von so einem Funnel, die ich benutzen kann. Und damit kann ich mir, wie gesagt, eben so ein Shopping Behavior oder eben auch einen längeren Funnel oder auch einen, der über mehrere Sitzungen geht, bauen. Und packe mir den dann über den Knopf, den ich jetzt hier nicht sehen kann, wenn mir dazu die Rechte fehlen, aber den ich jetzt hier sehen kann, in die Bibliothek. Das könnte ich jetzt mit dem hier einfach nochmal wiederholen, weil ich den jetzt zum Beispiel ja als offenen Funnel auch mit anderen Zahlen sehen kann. Und den speichere ich jetzt in der Bibliothek und nenne den mal Blog Reader Open, einfach nur damit er anders heißt. So, und wenn ich das gemacht habe, dann ändert sich erstmal nichts in der Navigation unter Reports, aber ich kann eben im Reporting-Bereich diesen gerade gespeicherten Bericht in der Form, in die ich ihn jetzt gerade irgendwie gespeichert habe, in der Bibliothek finden. In der Bibliothek finden. Warum sehe ich die Bibliothek nicht? Muss ich mal eben ein bisschen hin und her schalten. Wahrscheinlich, wenn ich dieses andere Ding auch noch aufhabe. Reports. Das ist ja super. So, jetzt ist auch die Bibliothek da. Und hier finde ich jetzt den zuletzt gebauten Report und den kann ich mir jetzt irgendwo in eine bestehende Collection. Ich nehme jetzt mal hier die Lebenszyklus-Collection, die ich verwende und packe mir jetzt hier unter Engagement, wo ich den einen Funnel auch schon reingepackt habe, nehme ich mir jetzt mal den zweiten dazu. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Und packe den dann nochmal mit rein, speichere das in der bestehenden Collection. Das heißt, alle Leute, die die Collection benutzen, haben jetzt dann auch diesen Menü-Eintrag, was dafür spricht, sich eine eigene Collection anzulegen, wenn man mit mehreren Leuten arbeitet, übrigens. Und wenn ich jetzt hierhin zurückgehe, dann habe ich mit ein bisschen Glück hier auch den offenen Block-Real-Funnel und der hat dann auch ein paar andere Zahlen, beziehungsweise sieht ein bisschen anders aus, weil er eben offen ist. Beim Einstieg habe ich zwar immer noch die gleiche Anzahl, aber hier habe ich eben die neuen Funnel-Entries, nämlich diese 872, die nicht eingestiegen sind im Block, sondern einfach irgendwie auf einem anderen Weg in den Block gekommen sind und da dann mindestens fünf Sekunden auf einem Post gewesen sind. Und ja, das ist es im Großen und Ganzen zum Thema, wie funktioniert das Ganze mit den Funnel-Reports und ich hoffe, das ist ein bisschen hilfreich dabei, sich zu überlegen, welche Funnel-Reports kann ich überhaupt erstellen, wie nutze ich die, wo sind die Stolperfallen, sowas wie Schritte wirklich planen, was will ich da wirklich sehen, damit die Zahlen hinten rauskommen, die ich erwarte. Und dann kann man sich das Ganze wunderbarerweise in das Reporting-Interface reinklinken und dann da auch nutzen. Das finde ich sehr gut. Ich würde mir wünschen, das würde für andere Reports auch gehen. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit oder wir kriegen vielleicht auch bessere Filter beim Anpassen der bestehenden Reports und dann wird das Ganze so langsam, aber sicher rund. Wir haben ja noch über 40 Tage insofern. Alles wird gut. Bis dahin. Ciao.